Hier ist die Mannschaftsaufstellung vom Heimteam mit der Nummer 10, der Männer, und mit der Nummer 13, der Tom Giesel. Nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Dafür sind wir wieder in meinem angestammten Revier in einem Radiostudio, einfach weil es geiler tönt und weil es dem heutigen Gast recht entspricht. Bei uns der Brian Ruchti, Radio Gelb-Schwarz, IB-Radio. Radioumgebung ist so dein angestammtes Revier, oder? Ja, definitiv. Also ich fühle mich sehr wohl hier, nicht nur wegen Radio Gelb-Schwarz, sondern auch weil ich eine vergangenheit habe bei SRF 4. Und beim SRF ist es ja so, dass die Infrastruktur überall die gleiche ist. Also es war ein Heiko gewesen für mich. Sehr schön. Jetzt bin ich total der Aussenseite da mit zwei so Radio-Fanatiker da, da bin ich der Aussenseite. Das bist du grundsätzlich eh immer. Weil ich der Einzige bin, der etwas von Fussball versteht. Das ist deine Interpretation von diesem Ganzen. Falls ihr Brian Ruchti nicht kennt, ich kann euch gerne auf die Sprünge helfen. Es ist ziemlich genau zwei Jahre her. Ein strömmliches Fussballspiel, unbedeutend. IB Luzern ist es, glaube ich, der Marco Wölfli hat einen Penalty gehalten. Fussballspiel hat einen Penalty gehalten, Jungs! Münicos技衍! Oh mein Gott! Was mit der Fussball? Dass du ein P exotic! Oh mein Gott! Komm, fief doch das Spiel ab! Fies doch das Spiel ab! Nach 143 Jahren war Ibe wieder Meister. Ich habe wieder Hühnerhaut. Jedes Mal. Das ist eigentlich erschreckend, wenn man nicht einmal so eine emotionale Bindung zu dem Club hat. Ich habe das Video auf YouTube geschaut, wie du und der Gepfel von Radio Gelb-Schwarz auf dieser Tribüne fast durchgedreht. Ich musste vor Glück fast befreien. Ich habe wirklich mit Ibe wenig am Hut. Wie geht es dir, wenn du es gehörst? Du hörst uns jeden Tag zum Einschlafen. Nein, ich habe es lange nicht mehr gehört, aber gerade vor einer Woche, letztens, sie hat sich ja der 28. April zum zweiten Mal gejährt. Gerade dann habe ich sie wieder gehört, weil ich den Match noch einmal geschaut. Es hat mich zurückkatapultiert, jetzt in diesen Zeiten noch viel mehr, weil die ganze Nähe, die wir demonstrativ gelebt haben, die ist nicht mehr möglich. Und nein, es ist gewaltig. Jedes Mal, wenn ich es höre, nicht wegen mir, sondern wegen dem Gefühl, den ich wieder spüre. Es ist unfassbar. Es war ein gewaltiger Tag. Was sagst du, dass Marco Wölfli mit 37 erst, erst 37 ist der Burscht und beendet den Sommer schon seine Karriere? Was sage ich? Ich sage merci Marco für all das, was er gemacht hat. Er war mit einer kleinen Ausnahme, als er mal Leitspieler war, war bei Thurn immer, bei IB war seine ganze Karriere lang. 22 Jahre. Ja, hat der Nazi B. angefangen. Er ist eine Legende. Der 28. April hat ihn zur grössten Legende gemacht mit dem Penalty. Er hat die Meisterlatte erfunden und entsprechend bin ich ihm dankbar für alles, was er gemacht hat. Ich finde es schön, dass er selber hat entschieden, wie er gehen will. Und ich finde, das ist etwas, was nicht jedem Fussballer so gelingt. Ich denke auch ein bisschen an Lichtsteiner zum Beispiel. Und insofern finde ich es schön für Marco Wölfli, hat er selber entschieden, wie er gehen kann. Und er bekommt ja ein Abschiedsspiel. Unabhängig jetzt von all der ganzen Geschichte, die läuft, wie er ein Abschiedsspiel bekommt. Da bin ich sicher, das wird die Geschichte vom Schweizer Fussball eines der Abschiedsspiele sein, die wirklich dann einmal verdienen mit Zuschauern, mit Leuten. Weil das ist ein Mensch, der in Bern der gelben-schwarzen Familie etwas bedeutet und der hat das auch verdient. Also im Jahr 2023, wenn dann wieder Zuschauer zugelassen sind in einem Stadion. Aber grundsätzlich, die italienische Tradition ist ja vor 40 hörst du nicht auf als Goali. Wenn ich da an Buffon und an Zenga denke. Und er hat ja italienische Vorfahren, oder? Ja, absolut. In Sizilien, glaube ich. Wenn ich nicht aufs Tisch. Der Gigi Buffon will mit 42 zum Vertrag nochmals ein Jahr verlängern bei Juve. Also, man kann es schon. Man kann ja als Goali kann es eigentlich ziemlich lange zwischen den Pfösten schon, das haben ja schon ein paar gemacht. Es ist keine Frage, wie sinnvoll es ist. Aber wenn es wirklich dein einziger Lebensinhalt ist und man es wie nichts gibt, wo du dich nachher darauf freust, was ich dann endlich kann machen. Du hast vorhin den Lichtsteiner angesprochen. So wie ich jetzt den kennengelernt habe, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er irgendetwas, irgendetwas gibt, wo er jetzt füren schaut und denkt, hey, auf das freue ich mich. Mal. Was dann? Eine Gesangskarriere? Ich glaube, er ist hart und kämpft bei vielen Bands, dass man ihn als Frontmann verpflichtet haben nach seiner aktiven Karriere. Also, Death Metal Bands. Kann gut sein. Das ist vielleicht beim Buffon auch so. Wobei, stelle ich mir jetzt noch ein bisschen lebensfroher vor, vielleicht als der Lichtsteiner. Vielleicht tue ich dem Lichtsteiner auch unrechen, er ist im Privaten totale Festzelt-Sirene, das weiss ich jetzt nicht. Aber, wenn er es lässig findet, warum nicht? Und ihn kann man natürlich brauchen. Und wenn du so einen Typ hast und er zweiter Goalie hinter dir stimmst, das ist verdammt geil. Ja, der Buffon wird einfach Mafia-Pate, von einer Wett-Mafia. Du meinst, vom Aussehen her? Vom Aussehen her und auch von seiner Affinität zu Sportwetten. Und, ja, ich meine, du bist im italienischen Fussball, hast du vielleicht das eine oder andere mal Kontakt gehabt mit gewissen Figuren aus der Halbwelt, sagen wir es jetzt mal so. Hat man ein Job für den Marco Wölfli bei IB? Ja, sie hat etwas reserviert, ich glaube, er darf selber ein bisschen auswählen, was er will. Trainer, Trainer. Nein, er ist, so wie man gehört, ist er in Gespräch mit dem Wuschel Speicher und, ja, die werden etwas finden für ihn, ich weiss nicht genau, was es ist, aber er wird IB erhalten bleiben. Was er noch gesagt hat, ist, sein grosses Hobby, sein Immobilien. Das ist also nicht das typische Fussbauer-Hobby. Was hast du für Hobbys? Ja, eins von meinen Hobbys ist Immobilien. Und er will eben eigentlich so zum Teil bei IB arbeiten, zum Teil seinem Hobby, den Immobilien, ein bisschen nachgehen. Aber er meint wirklich Immobilien, er meint nicht Modellbau oder so, und er baut so Häuser. Wirklich richtige Immobilien. Ich glaube, er meint richtige Häuser, also Trump ist. Ich warne dir da, an Thomas Pickel, seine Hobbys sind unter anderem auch Immobilien gewesen. Ich glaube, er hat ganz, ganz viel Geld verloren in Immobilien und muss jetzt Sportchef sein beim FC Zürich. Es gibt Leute in der Welt, die möchten das freiwillig. Aber was eigentlich noch lustig ist bei Marco Wölfli, ich meine, er ist ja so eine Ikone bei IB. Und wenn man so die Publikumslieblinge so ein bisschen anschaut, das ist eigentlich in jedem Klub so in der Schweizer Fussball noch besonders. Wenn wir letzte Woche haben wir den Renato Kaiser da angekommen, hat er von Marc Zellweger gesprochen, oder? Super, super Ikone im FC St. Gallen. Er ist jetzt ja nicht ein überragender Fussballer gewesen. Marco Wölfli ja ebenfalls. Du musst ja eigentlich einfach lange in einem Klub sein. Und welche Leute sind lange in einem Schweizer Klub? Die, die vielleicht gar nicht so gut sind. Wobei Marco ein bisschen raussticht. Er war immerhin ein Nazi-Spieler und hat seine Leistungen gebracht. Er hatte auch Angebote. In der Bundesliga können sie zwei werden von Schalke. Er wollte das nicht. Ich glaube, das, was du meinst, die gibt es auch. Die gibt es auch bei IB viel. Wir hatten dort Adi Oigster, Dromgoal, zum Beispiel der Stellelegende. Der hat im Champions League Quali-Playoff-Spiel gegen Roter Stern Belgrad hier im Hartturm bin ich gewesen. Was? Hast du dich erinnert? Er hat einen riesen Offen gemacht. Wir sind uns alle einig. Es war eine Flanke, die rein ist. Insofern haben wir auch Radio-Eugster Stromgoal oder Erik Hänzi Fussballgott. So Leute gibt es parallel zum Marc Zellweger. Aber wenn du mit Erik Hänzi Fussballgott mal mit ihm schuten möchtest, wir, die alle gehobenen Amateur-Niveau nicht einmal erreichen, wenn du mit Erik Hänzi schuten möchtest, dann würdest du dir nie mehr getrauen, zu sagen, dass das nicht ein Spitzenfussballer war, die nehmen die im Falle auseinander. Oder Schappi mit weit U50. Unfassbar. Macht er immer denselben Übersteigen. Er nimmt jedes Mal Schappi-Haken. Du hast keine Brot. Das ist mal so gemein. Du kannst jetzt noch so gut auf einem gewissen Niveau sein, nach und einem, der mal richtig gespielt hat. Es gab eine Szene, ich war ja lange Präsident der Alternativ-Liga Zürich. Und dann gab es Franco Sesa, der Drummer von Celtic Frost, die heissen. Ja, richtig. Und er ist aber auch noch der Bruder von David Sesa. Und David Sesa hat dort noch in Italien gespielt. Der ist auch Immobilie, oder nicht? Das kann gut sein. Der Franco Sesa macht glaube ich Pilates. Das kann auch sein. Dort hat er noch geshootet. Bei einer Mannschaft, die jetzt so, sagen wir mal, im Mittelfeld gespielt hat, wenn man es schön formulieren will. Dann hat er gefunden, er nimmt jetzt mal seinen Brüdern mit. Dann hat er mitgespielt und er ist jetzt nicht aufgefallen, David Sesa, obwohl er in der Zeit so Nationalspieler und so war. Dann in der Pause ist der Franco verdammt. Er fand, David, jetzt mach mal irgendetwas, jetzt mach mal durch das verdammt. Spiel gehen. Dann hat David nur gesagt, also soll ich ein Goal machen. Soll ich richtig? Dann ist der Anstoss, er ist durch die ganz gegnerische Verteidigung gelaufen, durch alle Leute hat das Goal reingeschaut. Er ist zu der Tasche gegangen, er hat sie gepackt und er ist gegangen. David Sesa ist mal von den Tottenham-Hot-Spur-Fans zum schlechtesten Spieler von ihrer Vereinsgeschichte gewählt worden. Es gibt auch die Tottenham. Es gibt auch die Massi, Massimo Ciccaroni, der im letzten Spiel noch eine Penalty geschenkt hat und er hat ihn aber trotzdem verschossen. Das wäre sein erster Goal, glaube ich, in der Super League und er hat auch das noch einen Pfosten Latte. Kommen wir zu der Bundesliga. Wir müssen unbedingt über die Bundesliga reden. Die fängt bald wieder an, vielleicht, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Am 15. Mai ist Startdatum, dass die die Saison wieder aufnehmen. Wir warten noch darauf, was die Bundeskanzlerin zu sagen mit den Ministerpräsidenten. Damit wird uns die Aktualität wieder überholen. Heute ist es Zinstag, den wir aufnehmen. Morgen Mittwoch wird das wahrscheinlich klar. Die Bundesliga hat das 41-seitige Sicherheits- und Hygienekonzept vorgelegt. Es werden flächendeckend Corona-Tests durchgeführt in den Vereinen. Es hat alles so ausgesehen, als würde es gut kommen. Bis Salomon Kalou, Spieler von Hertha BSC, Facebook live gegangen ist. In einem Video. Wir können kurz reinglassen, wenn ihr zum Beispiel den Kunden und den Konditionstrainer begrüsst. Handshake geht in die Kabine, dort sitzen seine Teamkollegen. Hallo, frä, ganz nahe zusammen. Tranquil, ganz nahe zusammen. Alle begrüssten mit Handshake, was nach dem Hygienekonzept natürlich verboten ist. Weder Abstand, noch Kontaktverbot eingehalten. Dann geht es weiter, geht zum Corona-Test. Unterwegs. Gut gelohnt, Salomon Kalou. Hallo, ist das gut? Ich bin von ihm ein Test gemacht. Salomon, bitte. Salomon, bitte. Salomon, bitte. Lösch das. Nein, nein, ich bin joking. Ich bin joking. Er hat nur Späßung gemacht. Der Arzt will, dass er das Video löschst, weil er einfach alles filmt. Alles, was sie falsch machen, dort filmt. Und jetzt hat die Bundesliga ein bisschen Angst, dass ihnen der Restart verwehrt wird. Wie ist es euch gegangen, wenn ihr das Video gesehen habt? Es geht etwa 10 Minuten. Ja, mir ist es ähnlich gegangen wie dir, wo du das Imagine-Video das erste Mal hast gesehen oder hast gelöst. Nebenbei habe ich genau die gleiche Reaktion gehabt. Ich wusste nicht, ich soll mich jetzt eigentlich auf eine Art irgendwie so ein bisschen Freude für sie, dass sie so etwas Gutes machen oder so in mich einfach schämen. Und bei Salomon ist es jetzt so ähnlich, weil du merkst, er hat die Freude, er kann zurück. Er meint es nicht böse, also gar nicht. Er meint es nicht böse, aber überlegt einfach keinen Meter weit. Er erzählt noch vom Code, wo er Musik hat, dass er reingeht und der Arzt sagt ihm, noch löscht es. Das Schlimmste daran ist, es ist alles live. Ich meine, egal. Du kannst es nicht löschen. Er kann es nicht löschen. Und ich glaube, das zeigt auch, und wir können es dann auch diskutieren, im Namen der Super League, das zeigt auch, du kannst noch so Wollen machen, Abstand dieses und jenes, wenn du nicht, wie soll ich sagen, richtig konsequente Entscheidungen triffst. So die halbpatzigen Sachen, die gehen nicht. Ich meine, du kannst noch lange sagen, die tauschen alle zu Hause. Wir wissen alle, wie Schüttler sind oder wie Fussball ist oder wenn wir selber schütteln. Du kommst in die Garderobe, du sollst den Mann eng decken, aber du kannst nicht mal mit dem Mitspieler abklatschen, wenn es ein Goal gibt. Es macht einfach keinen Sinn. Und insofern kann ich Salomon verstehen, im Sinne von, dass er sagt, er geht jetzt wieder trainieren, er freut sich jetzt, seine Jungs wieder zu sehen. Ist wahrscheinlich nicht gut kommuniziert worden von Hertha, ihm gegenüber, hey Achtung, das sind die Regeln. Vielleicht hat er auch nicht so gut zugelassen, Detail gibt es ja auch noch. Es gibt so viele verschiedene Ebenen, wo man diskutieren kann. In diesem Fall zu diesem Video, wie ist es dir gegangen? Ich habe vor allem einen Kommentar sehr, sehr treffend gefunden, wo das Ganze ein bisschen, ich gehe mit dir einigen, er hat es wahrscheinlich nicht böse gemeint, er hat einfach irgendetwas gemacht und nicht halt überlegt. Einer hat auf Twitter das so kommentiert, das Video so, dass das Konzept, das der DFL hier erarbeitet hat, dass es alles super und bis ins Detail verhebt, man hat nur vergessen, dass Profifussballer involviert sind. Darum klappt das wie von Anfang an schon ganz sicher nicht. Er hat jetzt halt das blödenweise ein bisschen bewiesen. Aber es war eigentlich auch noch spannend zu sehen, das sind so Einblicke, die man nicht immer hat, auch wo sie in der Garderobe hocken und sich beschweren, dass ihnen der Lohn gestrichen wurde und nicht allen gleich viel und so. Hey, so Einblicke. Er nimmt das Lohnguvert aus seinem Spind und wettelt mit seinem Lohnguvert rum und beschwert sich aber, dass er weniger verdient. Der Ibisevic, der nebenan sitzt, genau so, was Gavi das Klischee bestätigt. Erstens vom geldgierigen, überbezahlten Fussballer. Dann, von der Art und Weise, wo das Video entstanden ist, als Klischee bestätigt, dass jetzt der Fussballer an sich jetzt nicht die allerhellste Kerze auf der Torte ist. Das ist ja immer so eine Verallgemeinerung. Das stimmt ja so nicht. Es hat einfach eine Gruppe von Leuten und einer davon ist sicher ein Dumpfbacker. Aber das ist auch so, wenn du irgendwo neu mit dem Zander herangehörst und hast eine Gruppe von Leuten, einer macht es sicher ein Ur-Seichmal. Ich habe einfach an diesem Beispiel, weil du siehst, das sind einfach auch Jungen. Das sind Jungen, die in ihrer Entwicklung irgendwo mal in diesem Jungen-Stadium standgeblieben und haben massiv fest Freude an ihrem Beruf. Die spielen und shooten einfach gerne und das kommt mir aber immer mit über die Freude, aber halt einfach wirklich keinen Meter weit gedacht. Und dort müsste man sich schon fragen, also ganz ehrlich, also den Konditionstrainer, dem gibt er auch die Hand. Der Konditionstrainer wird gefilmt, während er ihm die Hand gibt und der wehrt sich jetzt auch nicht gross dagegen. Also es ist jetzt nicht um den Kalou. Aber bei mir schwingt so mit, man hätte den Spieler vielleicht nicht so gut erklärt, wie wichtig das jetzt ist, was gerade passiert. Offensichtlich. Also man muss dann da auch den Klub in die Verantwortung nehmen. Ja eben, es hat viele Ebenen und ich glaube, das ist so ein bisschen das, entscheidend ist. Bei Eintracht Frankfurt erlebe ich es auch ein bisschen näher, weil wir mit ihnen auch zusammenarbeiten. Dort hatten sie ein paar Fälle, ein paar positive und die sind extrem durch das halt affin und extrem zurückhaltend und haben auch Social Media Kampagnen gefahren, haben auf jetzt eine grosse Kampagne, wo sie T-Shirt verkaufen, Masken verkaufen und so. Und ähnlich ist es so bei Ebay, wie ich es jetzt wahrnehme, sehr, wie soll ich sagen, sensitiv der Umgang mit dieser ganzen Thematik. Oder man hat Stay-at-home-Challenges gemacht bei Ebay, wo jeder Kaderspieler hat gesagt, was er zu Hause macht, immer zuerst häng desinfiziert und so. Und ich glaube, das ist halt schon etwas, wo auch von oben muss kommen. Ich sage jetzt mal zuerst natürlich das BAG in der Schweiz, aber nachher muss der Klub, Sportchef, Medienchef, auch immer, muss das weitergeben an seine Mitarbeiter und sagen, so verhalten wir uns, weil wir Vorbildfunktionen haben. Und ich glaube, Salomon Kalou hat jetzt mit seiner Aktion der Bundesliga sehr geschadet, jetzt unabhängig davon, was man grundsätzlich denkt, ob sie wieder schütteln oder nicht. Aber ihr Vorhaben, am 15. Mai wieder zu schütteln, das ist, wie soll ich sagen, arge Bedrängnisse zu kommen durch ihn. Man muss ja noch sagen, wenn du sagst, man muss den Klub in Verantwortung nehmen. Muss man jetzt auch noch sehen, um welchen Klub das gerade in diesem speziellen Fall geht. Hertha BSC und Facebook? Immerhin, Hertha Berlin. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn es Hertha nicht gäbe, könnte Facebook schon lange zumachen. Die hätten wirklich nichts mehr. Seit den grossartigen Kleinsmann-Tagebüchern und jetzt nur Salomon Kalou. Wir sind gespannt, was da noch alles kommt. Wenn ich Hertha wäre, würde ich auf dem ganzen Gelände wie Facebook blocken. Also Social Media generell. So einen Geoblocker herklappen. Ich habe mir gedacht, vielleicht hätte das sogar den gegenteiligen Effekt. Jetzt, bevor es losgeht, das ist wirklich ein grober Ausrutscher. Da sieht man mal die Öffentlichkeit, wie innerhalb von diesen Klubs, trotz grossartiger Konzept, trotz vieler Lippenbekenntnis, die Realität einfach ganz anders ausgesehen. Die schauen gar nicht. Und Hertha BSC ist wahrscheinlich keine Ausnahme. Da wird es da und dort in anderen Klubs ähnlich zu und her gehen. Dass man durch das Video jetzt nochmal fest wachgerüttelt wird, dass es den Klubs und auch den Spieler vor allem, weil Salomon Kalou ist entlassen. Er hat seinen Job jetzt nicht mehr. Hertha hat ihn gerade in die Wüste geschickt, dass er den Spieler bewusst wird, ah, das ist wirklich ernst. Das ist, glaube ich, kein Spiel. Ja, und vielleicht hat es jetzt auch den Sündenbock gebraucht. Und das wird er ja auch sein, unter dem Streich. Aber ich glaube, das muss man schon festhalten, das, was du vorhin hast gesagt hast, dass sie Kieler, die einfach ihre Spiele weiter treiben und mit dem jetzt massiv viel Geld verdienen. Und geht halt für ihn ist das, glaube ich, auch als Schock gekommen. Es hat jetzt kein Statement von ihm aus, das heißt, er hat sich entschuldigt. Und zwar sicher in seinem eigenen Wort. Ich habe das Statement gelesen. Nein. Wirklich, es ist so veröffentlicht in Buchform. Ich glaube, das hat Salomon Kalou wirklich allein zu Hause geschrieben. In seinem Stillen Kämmerli. Nein, er musste es 20 Mal abschreiben. Sträfzki. Ja. Und eben, durch das jetzt, ich glaube, allen bewusst, in der Bundesliga, dass sie es einfach gar nicht mal verleiden. Interessant eigentlich, dass es das gebraucht. Und vor allem, es ist ja auch noch spannend, dass das überhaupt passiert ist, weil das ist ja gerade der Teil, den man jetzt sieht auf dem Video, in der Katakombe in der Garderobe. Das ist also ein super, super Heiligtum. Und es hat schon, so viele Leute sind ja sehr interessiert, an, was passiert denn dort eigentlich. Von den Spielen kommt nichts raus. Es gibt keine Fotos, wenn es nicht solle, es gibt keinen Film von dort. Es kommt eigentlich normalerweise nichts raus. Und genau jetzt kommt einer mit Facebook live. Really? Lustig, es machen auch alle mit. Es lachen alle. Es sehen alle, er filmt uns. Und es kommt keiner auf den Sinn, dass das vielleicht nicht so gut ist. Das rote Lämpchen, das wir hier haben, das hat er halt nicht am Telefon. Und das ist, keiner weiss, das ist live. Oder dann sagt der Arzt immer, lösch das bitte. Lösch das Video. Der Arzt, tut ihm ja noch fast am meisten leid. Weil der wüsst, der ist der Einzige in dem ganzen Video, der eigentlich kapiert, was hier passiert. Aber er kapiert halt nicht, dass es live ist. Er kann es ja noch gar nicht wissen. Es wären wahrscheinlich viele andere, es sind so komische Sachen gefilmt worden, jetzt auch in Corona-Zeit und sonst auch. Aber es ist noch gefilmt, es ist für die Spieler und das ist nur für sie und es kommen nur sie mit. Dann ist es okay. Es ist ja nicht so, dass sie ein Handyverbot hätten sonst in der Kabine. Aber nicht live. Vielleicht sollte man das zwar manchmal, oder? Es gibt auch Klubs, die wirklich sehr strikte sind mit Social Media, die ihre Spieler sogar in Social Media Kürse schicken. Ich glaube, das ist nicht blöd. Nein, das ist nicht blöd. Ganz im Gegenteil. Bei den Spieler, du hast eine Özil, die ja massiv viele Follower hat und die auch vermarktet zur Marken wird durch das, dann musst du extrem aufpassen, was sie machen und wie sie gegen uns kommunizieren. Weil schlussendlich sind sie ja deine Angestellten von den Fussballvereinen und klar haben sie ihre eigenen Persönlichkeitsrechte und so, aber du musst halt gleich schauen, dass alle einigermassen auf ihrer Linie sind. Aber nützt das überhaupt etwas? Ich meine, dass die meisten, vor allem wenn sie ein gewisses Level haben als Fussballer, die kannst du ja lang in den Social Media Kurs schicken, sie betreuen ja ihre Accounts, sowieso nicht selber. Das ist ja eine eigene Agentur, die irgendetwas schreibt. Salomon Kalou macht es offensichtlich selber. Aber als eine Agentur wäre, würde das nicht passieren. Einer von den wenigen. Es hat auch mal den Falke von Tranquillo Barnetta, den er bei Schalke gespielt hat oder eben halt nicht gespielt hat, als er auf der Bank gehockt ist. Und dann während einem Spiel, also während er noch auf der Bank gehockt ist, ist sozusagen in seinem Account gepostet worden im Stil von «Ja, scheiss Trainer, logisch sind wir 0-3 hin, wenn ich nicht spiele». Oh, auch schön. Und dann hat er mir gesagt, das mache nicht ich, sondern macht irgendjemand. Also er macht es bald nicht mehr. Ja, es ist auch seine Agentur. Vielleicht ist das so gutgegeben gewesen, vielleicht ist es ja gleich er gewesen, das weiss ich auch nie. Auf der Bank, du hast einen Tragen, ist aufgelöst. Wie erlebst du, du bekommst ja regelmässig in Kontakt mit Spielern von Young Boys, du hast sie auch als Gast in deinem Podcast, wir sind dort relativ nahe. Wie erlebst du die Einbeziehung? Nicht näher als zwei Meter sind sie, gell? Natürlich nicht näher als zwei Meter. immer nur zuhause. Das wäre die Frage, wie erlebst du die eBay-Spieler jetzt in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit? Wie erleben sie das, dass sie zum nichts zu tun, verdammt sind? Eben, ich finde, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, ich finde, sie machen es sehr gut. Wir erleben jetzt jede Woche einen, den wir einschalten, via Computer, also Skype oder was auch immer, dass wir jetzt halt Nütze-Interview, was wir machen. Und sie sind zuhause, sie halten sich zuhause fit, sie haben so Zoom-Fitness-Meetings, sie haben so Spinning-Räder bekommen von von eBay, die sie jetzt zuhause aufstellen. Aber ja, aber sicher würden sie gerne wieder shooten, ich glaube, das ist klar. Ganz am Anfang war es auch mal vielleicht ein bisschen schön, ein Wochenende frei zu haben, ich meine, das ist etwas, was sie nie haben. Du hast viel gehört, es war noch spannend, im März ein Wochenende frei zu haben, wie es so geht und so, wo sie nicht aussehen können. Aber dann, ja, es setzt halt für sie schon an, wie für uns alle auch. Ich meine, wir wollen auch alle wieder normal leben, wir können es aber nicht und das ist völlig okay, in den Umständen zu sprechen. Tragen wir auch alle mit und sie ja auch und entsprechend sie sind ähnlich wie mir die drei. Also, weisst du, Außer, dass sie noch ein bisschen besser shooten. Sie shooten besser, aber sie kann jetzt nicht shooten. Eigentlich sind sie wie mir. Sie sitzt einfach an einem Tisch und macht irgendwie... Und redet über das Shooten. Wir haben da gerade noch eine gute Geschäftsidee, wo man gerade noch die weltweite Energiekrise lösen könnte. Oh, schon wieder eine. Weltweit. Achtung, eine neue Geschäftsidee von Memer Sikora, der Visionär unter den Fussball-Podcastlern. Jetzt hat es weltweit so viele Profifussballer, die zu Hause sind, die eben so Spinningräder haben, die irgendwie laufen und irgendetwas antreiben müssen. Und die haben ja dann wirklich Saft, da zieht wirklich etwas. Wenn man von dir den Strom anzapfen würde. Alle Elektroautos anschliessen an ein Spinningrad. Wir hätten im Fall 100 Jahre wahrscheinlich Gratis-Strom. Sozusagen. Das wäre noch praktisch. Alle Profisportler einfach. Du musst nicht nur schütteln. Du kannst nicht alle Profisportler an ein Spinningräder hängen. Die Idee habe ich vor Jahren schon auf Fitnesscenter bezogen. Und man hat mir dann gesagt, das ist vernachlässigbar. Das bringt gerade gar nichts. Aber das sind so trümelige Fitnessleute, die so mit 45 finden, jetzt muss ich auch mal noch etwas anfangen. Das sind so in der Blüte vom Leben mit Oberschenkel wie Rösser. Die treiben natürlich ein bisschen anders. Dann könnten wir gleich nochmal einen AKW abstellen. Kommen wir zu der Schweiz. Du hast es schon gesagt, die würden gerne wieder spielen. Nicht nur die Spieler von IB, alle Schweizer Fussballer würden gerne wieder spielen. Nicht ihre Chefs unbedingt. Das ist ein bisschen das Thema. Also die Hobbys-Fussballer dürfen eh nicht mehr. Also alle Amateurleigen sind gecancelt, die Saison beendet. Wiederaufnahme von Challenge League und Super League wäre möglich theoretisch ab dem 8. Juni, hat der Bundesrat gesagt. 13 Spiele wären es noch, die man müsste austragen in dieser Saison. Und Göb. Und Göb. Geisterspiel wären es einen Weg, das ist eh klar. Ausser die IB sind eigentlich alle dagegen. Wirklich so, gell? Also Basel hat sich dagegen ausgesprochen, der Alain Soutre hat sich Ja, der kostet ja das Spiel 300'000 Franken bei Basel. Ich weiss nicht wie, aber es kostet 300'000 Franken. Ja, hat der Burgner gesagt. Ja, je nachdem, wie man es berechnet, oder? Sehr grosszügig, glaube ich. Sicherheitskosten. Du musst auch Sicherheitskosten schon trotzdem, wenn die Fans trotzdem kommen, vor das Stadion, musst du dann doch noch ein Sicherheitsaufgebot haben, obwohl keine Zuschauer. Also wir müssen jetzt an die Kosten gar nicht gross diskutieren. Der Alain Soutre hat sich gegen Geisterspiele ausgebrochen, jetzt auch gerade noch, heute oder gestern. Sian, Lugano, Xamax, Thun, alle sind gegen Geisterspiele. IB ist dafür, weil IB einfach Kosten im Griff hat. Ja, IB ist halt jetzt in einer guten Lage, oder? Ist einer von den wenigen Vereinen, glaube ich, die Reserven hat, angelegt in den letzten zwei Jahren, halt Champions League, zweimal Meister, extrem hoher Zuschauerschnitt und nachher auch vorsichtig gewirtschaftet, trotz des Geldes, das kam. Entsprechend kann sich das IB sicher auch leisten. Weiterzuschauen, IB will, glaube ich, vor allem auch Meister werden, das ist auch wichtig. Vielleicht sogar das Taubel holen, das war ja das Ziel. Darum ist es halt auch spannend, was jetzt der FC St.Gaue sagt. Ich glaube, die sind ein bisschen entscheidend in dieser ganzen Lobby-Frage, wie kippt es dann schlussendlich beim Bundesrat, weil der FC St.Gaue zweit ist, punktgleich mit IB, die hätten eigentlich extrem viele Anreizen weiterzuschauen. Beziehungsweise sie sind erst, sorry. Das ist jetzt gerade ein bisschen eine Freude, die IB-Frage. Ich habe das nicht mal korrigiert. Sie sind erst wegen mir und haben das bessere Verhältnis. Ja, wenn sie natürlich sagen, und ich habe das Interview auch gelesen vom Souter, kann das absolut nachvollziehen, seine Punkte, die sind schlussig, die machen Sinn. Und dann bin ich jetzt so gespannt, wie sie sich entscheiden. Man hat ja gemerkt, SFL, die haben sich zusammengelegt, die haben alle miteinander geredet. Zum Beispiel die Football League. Ja, und zuerst hast du gedacht, okay, das ist so eine Formsache, die entscheiden, das gibt Geisterspiele. Und dann kommt das Kommuniqué, die SFL nimmt sich Zeit. Ja. Und dann weisst du, oh, da ist überhaupt nicht alles auf einer Bühne, da müssen sie feiern etwas organisieren. Und es ist ein bisschen wie allgemein, oder? Zuerst, ich weiss nicht, wie es dir erlebt, die ganze Corona-Krise. Es ist ja alles so ein bisschen Schritt für Schritt gekommen. Zuerst denkst du, okay, jetzt werden mal ein paar Spiele abgesagt. Bei uns ist es dann so gewesen, okay, wir haben geplant, so ab April gibt es vielleicht wieder Geisterspiele, müssen uns schauen, wer kann wenn, kommentieren, könntest du dann, vielleicht gibt es zwei Spiele pro Woche oder drei sogar, ein bisschen mehr. Und dann irgendwann merkst du im Fall, das ist nicht eine Frage von Wochen. Und allgemein, oder die ganze Situation, wenn dann ist Tokio abgesagt worden, ob Tokio im 21 kann stattfinden, ist immer noch nicht klar. Und dann merkst du dann auch, damit man wieder shooten kann, und das ist auch das, was der Souter sagt in diesem Interview, du müsstest massive Aufwände machen und du müsstest halt auch so ein bisschen Gesundheit von den Spielern auf eine Art ein bisschen riskieren und ob du das wirklich willst, ist eine Frage. Ich glaube, wenn du genug investierst in die Sicherheit von den Spielern, kann man es machen. Aber das kostet wiederum Geld. Und wir sind hier in der Schweiz, wo nebenbei auch die Zuschauerreinnahmen extrem wichtig waren. Wir sind nicht in der Bundesliga oder nicht in der Premier League, wo sogar auf Australien wegschutten, nebenbei haben wir ja gelesen. Ganz absurd. Weil sie einfach die Kohle bekommen vom Fernsehvertrag. Und darum ist die Situation für mich auch nicht klar. Es gibt auch da wieder viele Ebenen. Also was der Alain Sutter zum Beispiel sagt, ist, dass es nicht kann sein, was ist denn das für ein Zeichen, dass wir alle auf zwei Meter Abstand gehen, alle uns sozial distanzieren, uns zurücknehmen, zu Hause bleiben. Aber im Fussballstadion gehen die Spieler aufeinander. und wir wissen, wir wissen, wie Fussball funktioniert, das ist ein Vollkontaktsport. Das kann er nicht verantworten, abgesehen davon, dass er nicht die Gesundheit von seinen Spielern riskiere. Das ist schon ein wirkliches Problem, das der Fussball da hat, offensichtlich. Das ist bei allem so, also von der Löhne bis zum, ob du jetzt spielst oder nicht. Wobei ich glaube, jetzt nach so vielen Wochen eigentlich, wo alle zu Hause verbracht haben, hätten sie zumindest Verständnis, wenn man den Leuten glaubhaft versichern kann, wie das genau möglich ist, dass die jetzt dort shooten. Dann ist das, glaube ich, schon eine Kommunikationsfrage, aber das könntest zumindest vermitteln. Da ist noch die Frage, ob du das willst. Und es sind natürlich auch extreme Mehraufwände. Du kannst ja nicht einfach die Spieler dann wieder zuerst aufeinander losgehen und nachher im Mikro schicken und posten, was sie sowieso wahrscheinlich nie machen. Aber trotzdem, die wären dann wahrscheinlich mehr oder weniger in Quarantäne die ganze Zeit für den Rest der Meisterschaft. Ob du das auf dich nehmen oder nicht, die Meister wollen es offenbar nicht. Ich bin mir auch nicht ganz bewusst, ob die Spieler selber wissen, was auf sie zukommt. Ich will einfach alle shooten, was ich völlig verstehe. Ich meine, ich würde auch schuten. Aber ich weiss nicht, ob sie wissen, was auf sie zukommt, wenn sie das wirklich machen wollen. Es ist nicht das normale Leben. Du kannst dann nicht einfach ein bisschen shooten und alle anderen sind immer noch in diesen Social Distancing-Regeln, sondern sie müssen auch und umso mehr nachher etwas auf sich nehmen, damit sie das können. Wir reden jetzt immer von den Präsidenten, wir reden immer von den Clubbesitzern, von den CEOs und so, die ihre Meinung haben, hey, das ist gut und recht, aber wir dürfen die Rechte der Schüttelern nicht vergessen. Und ich bin manchmal nicht so sicher, ob die genug organisiert sind in der Schweiz, um eine Meinung zu haben. Ich habe es ja auch mitbekommen, bei Sio, als Konstantelli auf Kurzarbeit zu setzen, dann gab es solche Diskussionen aber es gibt eine Vereinigung in der Schweiz von den Profifussballern, aber ob die sich jetzt da eingeschaltet, frage ich mich. Weisst du, ob die sagen, hey, unsere Spieler müssen wir auch schützen. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Man hört immer nur so ein bisschen die, sage ich mal, die C-Level-Diskussion. Das ist das, was geführt wird, nicht die Spieler-Diskussion. Wenn du jetzt Konstantin ansprichst, er hat eine Idee in den Raum gegeben. Was mir ein bisschen fehlt im Moment, also was ich so fest mitbekomme von Klub-Präsidenten wie Angelo Canepa unter anderem, und das ist auch verständlich, ist ein bisschen das Jammern, dass es gerade wirklich auch sie gemachten kann. Es ist finanziell happig, was da passiert. Die Ausfälle, die Kosten, auch für Geisterspiele, alles total nachvollziehbar. Man fordert nach Unterstützung, der Bund sollte auch den Fussball unterstützen. Auch das ist nachvollziehbar. Ob das beim Volk so gut ankommt, das ist dann das Diskutieren, wenn man Kall ausgesät mit Lorenz, Schicks, Wadler und sich beschweren, dass er jetzt ein bisschen weniger Geld verdient. Da liegt natürlich die Glaubwürdigkeit vom Fussball auch. Aber was ich ein bisschen vermisse, sind ein paar Ideen, dass man sagt, die Situation ist jetzt so, ist blöd, und ja, der Fussball wird als letztes wieder aufgenommen, wahrscheinlich in den grossen Stadien. Was hätten wir denn für Ideen? Wir haben auch schon die Idee von Dänemark, diskutiert im Podcast, von diesem Autokino-Konzept, wo Zuschauer einfach in den Autos vorm Stadion sitzen, was du und unser Gast, Dänemark, in Seku, damals ganz doof gefunden haben. Aber grundsätzlich, man kann sich an Ideen, man kann sich an Sachen überlegen. Man kann ja kreativ werden, und mir fehlt eine gewisse Kreativität. Hat die Violla Amherd ja zum Beispiel eine gewisse Kreativität gebracht, oder? Eine gewisse Kreativität. Sie hat ja gefunden, wir können dann die Stadien ein bisschen beleben. Sie hat zwar ein bisschen nicht sehr deutlich ausformuliert, einfach so, man kann das ja dann schon irgendwie mit... Technologie zum Leben erwecken. Es ist alles modern, du merkst, in der Bundesrat sagt es viel, wir müssen innovativ sein, Start-ups und so weiter. Aber sie hat ja nicht Unrecht. Sie hat nicht Unrecht. Und ich weiss, dass es Bemühungen gibt, bei Pannenvereinen, die die Geisterspiele wollen, dass man den Fans etwas bietet, was halt nicht kommen kann, was ein Abi haben. Es geht ja auch darum, da muss man solidarisch sein, alle richtig. Und ich glaube, das ist wichtig auch als Fussball. Man ist solidarisch, man versteht, es ist nicht einfach, die Fans haben jedes Jahr ein Abi oder ein Saison-Abi gekauft. Man kann dann etwas bieten und vielleicht kann man sogar, ich weiss auch nicht, irgendwelche Sachen noch verkaufen, irgendwelche speziellen Online-Fanpacken, ich weiss es nicht, ob das funktioniert. Es müsste halt schon, wie soll ich sagen, ein gutes Ersatzprodukt sein. Aber es gibt halt kein so gutes, wie das Gellste auf der Welt, in einem Stadion Schulten zu schauen. Aber es sind natürlich die Fans auch für sehr viel bereit. Also auch wenn es jetzt nicht ganz so ein guter Ersatz ist, sie sind trotzdem bereit, um ihren Klub zu unterstützen. Natürlich, genau. Aber das ist ja noch momentan die kleinste Frage. Oder wie macht man das dann, wenn man überhaupt ver-shooten würde? Nur noch die Idee, ganz an der Zeit, um auf die noch zu kommen, da geht es ja ein bisschen darum, dass wenn man jetzt die Meisterschaft abbrechen würde, dass da auch Fernsehgeld flöten würde. Wir haben ja Verträge, es gibt ja TV-Verträge, wo der Klub sich ein bisschen Geld einspült. Dass er sagt, komm, wir hören jetzt auf. Und nächste Saison fangen wir dann aber wieder an mit zwölf Klubs in der Super League. Das ist dann so ein bisschen Zwölfer-Liga, durch das Hintertürchen dann doch noch eingeführt. Und dann haben wir automatisch mehr Spiele und die Spiele, die wir jetzt wie nicht durchführen können, diese Saison, die holen wir dann einfach nächste Saison an, weil wir haben ja dann Zwölfer-Liga und automatisch mehr Spiele. Man muss, also es gibt ein paar Sachen, es ist gut, dass mal ein Klub-Präsident oder ein Klub mit einem konkreten Vorschlag kommt. Es wäre natürlich viel besser, der Constantin würde auch Vorschläge machen für solche Sachen, wenn er auf dem Platz 3 oder Platz 4 wäre und nicht kurz vorm Abstieg und dann noch irgendwie etwas präsentieren, wo die Möglichkeit verkleinert, dass sein Klub nachher abstiegt. Aber es hat ja ein paar Sachen jetzt drin, das mit den Fernsehgeldern. Klar, das ist so, dass die Klubs Geld bekommen von der Challenge League bis zur Oberstufe. Aber es macht halt im Vergleich zu anderen Ländern so verschwindend wenig aus. Also ich glaube jetzt zum Beispiel gerade im Fall von IB, wenn dann jemand mit dem Fernsehgeldern dann sagen sie, ja ist gut, also gut, wir nehmen die, was sind es, zweieinhalb Millionen oder so, wenn du irgendwie Meister wirst, das ist verschwindend wenig im Vergleich zum Gesamtbudget von IB. Also es ist nicht so, dass das das Überlebenswichtigste ist für die Klubs. aber es sind halt dann wieder 500'000 oder 1 Million, die dann auch noch fehlen. Aber Ideen, die man diskutieren könnte. Ideen sind sie immerhin. Der FIFA-Vizepräsident, wer kennt den nicht, der Victor Montagliani, der hat auch einen sehr interessanten Vorschlag gemacht, nämlich, dass man die Saison doch einfach jetzt beenden könnte und dann die nächste Saison aber im Januar anfängt, dass man umstellt auf eine Januar- bis Dezember-Saison. Ja, aber ich glaube auch dort ist es so ein bisschen im Hinterkopf, dass er dieses Katar-Ding wieder konstant im Hintertülle ins Zölfer-Liga-Eilie bringen, wo der jetzt im Hintertülle die Winter-WM einigermassen legitimiert, die ja dann auch noch auf uns zukommt, die auch noch grosse Diskussionen geben wird. Ja. Natürlich ist das kein eigennütziger Vorschlag, den er ihm wohl von allen Ligen macht, sondern natürlich sagt er sich, man könnte dann gerade dabei bleiben bis zu Katar und dann hat man mit der WM im Winter kein Problem mehr. Aber grundsätzlich die Idee, wäre das vorstellbar, von Anfangsjahr bis Endejahr zu spielen und nicht von Mittejahr bis Mittejahr? Also es ist ja eigentlich durchaus ein Weg, wo die Paare gehen. Also vor allem je kälter das wird, desto grösser ist die Chance, dass sie im Jahresrhythmus spielen. Schweden hat auch die Meisterschaft, wo sie im März irgendwie anfangen und bis im November oder so spielen. Irland auch. Irland auch. Das sind also durchaus gangbare Wege. Und ich denke auch manchmal, wenn es im Sommer und es ist nicht gerade EM oder WM, dann findest du so, okay, jetzt, weisst du so, Juni, super Wetter. Niemand spielt Fussball. Dafür hockst du im November, am 15. November hockst du Schneeregen im Stadion mit 1200 Leuten oder so. Gut, das machst du ja jetzt, gell? In solchen Momenten denken wir schon, es wäre doch eigentlich viel angenehmer, zum im Sommer spielen. Aber es hat natürlich ganz grosse Nachteile für den Klub selber. Also Russland hat das früher auch gehabt, Jahresrhythmus. Dann haben sie umgestellt, wahrscheinlich auch im Hinblick, dass du kannst, weil es halt ein internationales Spiel ist. Du hast die grossen Transfers, sie sind nun mal im Sommer, im Sommer sind auch die grossen Turniere, dann gibt es die Pausen, nachher Wechselclips. Das ist alles so aufeinander abgestimmt, dass es verdammt ist, wenn jetzt da die Schweiz zum Beispiel einfach aus der Reihe tanzt. Aber darum ist es ja gut, wenn der Vorschlag von der FIFA kommt. Man muss auch sagen, er kommt nicht von der FIFA, sondern er kommt von this guy, von dem Typ Allaiga. Das ist der Kontinentalpräsident von Nord- und Mipfel. Verband oftmals sehr spezielle Gestalten sind, wenn man das mal vorsichtig formulieren kann. Mafiöse. Früher noch sicher. Du hast auch Angst vor der FIFA-Welt, gell? Ich auch. Das hat eben Jack Warner gehabt. Natürlich. Fantastisch. This guy. Wirklich. Aber es ist nicht ein FIFA-Vorschlag, sondern er ist nicht. Zudem hat er natürlich auch gefunden, das deutet auch ein bisschen darauf ein, dass das alles auf Katar ausgelegt hat, er fand, hey, komm, wir stellen doch einfach bis zu Katar alles jetzt auf den Jahresrhythmus um. Und dann wieder nimm. Und nachher sagt er auch nichts dazu, wie es dann nachher weitergeht. Was macht man nachher? Halbes Jahr Pause? Oder hast du auch ein langes Schuljahr gehabt? Ja. In die Umstellung von Frühlings- und Herbstschulanfang. Ja. Ich habe es vergessen, wir sind ein halbes Jahr länger in der Schule als alle anderen. Darum sind wir auch ein halbes Jahr gescheiter als zum Beispiel Brian, oder? Du hast es nicht gehabt. Nein, nein. Ich bin ein bisschen jünger. Man merkt es ein bisschen. Ja. Vielleicht wäre es denn so, es gibt ein langes Schuljahr für Clubs. Wenn du sagst, du bist ja, muss man sagen, du bist halb Irr. Du hast eine grosse Affinität zu Irland. Da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen ausführlicher dazu. Wenn du sagst, die irische Meisterschaft funktioniert auch so, wie beobachtest du das? Wäre das eine Option? Wie soll ich sagen, die irische Fussballmeisterschaft ist jetzt für FIFA oder für den globalisierten Fussballsport nicht so relevant, weil in Irland ist es so, dass die, die in der höchsten Profiliga schuten, dass sie die, die noch studieren, noch arbeiten nebenbei. Die Premier League holt extrem viel Irr, aber die holen sie früher. Die holen sie wirklich relativ früh ab. Entsprechend, ja, eine Sommerliga macht in Irland Sinn, weil in Irland einfach alles im Sommer irgendwie läuft. Ich weiss nicht, ob sie sich das wahnsinnig grosse überlegt in Abstimmung auf international Kalender. Kann ich nicht sagen. Aber es würde gehen. Es müsste einfach, wie der Mama sagt, es müsste ein Global Shift geben oder ein Regional Shift. Und dann würde es funktionieren. Was ja auch schwierig ist, wenn die europäischen Wettbewerbe anfangen und gewisse, sie noch gar nicht in der Saison sind und die anderen aber zu mittendrin stehen, das ist dann auch ein bisschen ein Ungleichgewicht. Also wenn du voll im Rhythmus bist oder wenn du erst gerade aus dem Trainingslager kommst. Das ist ja auch ein Grund, warum, dass man lange daran festgehalten oder immer noch tut, dass die Super League so früh anfängt, dass wir in der Champions League Playoffs oder Quali spielen, dass wir ein bisschen fitter sind. Nein, wegen dem Ui-Göp. Das ist wegen dem Ui-Göp. Das hast du dich auch super gesehen. Als die gegnerische Mannschaft. Insofern ist die Schweiz dort eh schon so ein kleines Mittel weggegangen mit dem Juli-Start. Also der Juli-Start ist extrem früh. So wie wir alle angefangen in der Super League, Challenge League. Die meisten fangen ja im August an oder so fast Ende August wie die Italiener. Aber so eine Sommerliga in Italien oder Spanien könnte man... Also weisst du, gut, Spanien spielen ja für die Asiaten zehn Uhr morgens zum Teil. Insofern wäre es vielleicht nicht so schlimm. Aber also im Juli in Sizilien schooten, das ist ja auch nicht unbedingt das Ideal. Sevilla. Vielleicht wenn du übrigens eine andere Vorstellung hast von der irischen Liga, wo du vielleicht noch nie ein Spiel gesehen hast. Es gibt eine Geschichte aus irgendeinem Vertrag. Du unterstellst mir immer, dass ich wenig Ahnung habe vom internationalen Vorschlag. Ich habe auch noch nie ein irisches Liga-Spiel gesehen. Das beräuft mich. Das hast du wahrscheinlich. Ich habe sogar im Zwölfmal ein Bericht geschrieben über meinen Besuch bei Cork City. Auf der Fall ist China gesehen. Auf der Fall gibt es eine Geschichte, dass aufgrund eines Vertrags ist der irische Fernsehsender verpflichtet, um ein paar Spiele zu übertragen von der Liga. Und der Chef des Senders hat mal 4 Millionen Pfund oder so geboten, dass er das Spiel nicht übertragen muss. Das heisst, das heisst wirklich Soviel zum Niveau der irischen Liga. Ja. Wie sieht es denn, du bist ja ein grosser Fan von der irischen Fussball-Nationalmannschaft. Ja, das wurde mir so in die Wiege gelegt. Man kann sich nicht dagegen wehren. Ich zitiere einen grossen Fussball-Denker, Vordenker, Philosoph, er heisst Mehmet Sikora, der sagt, die irische Fussball-Nazi spielt den schlimmsten Fussball auf Erden. Wie siehst du das? Kannst du das unterstrieren? Ja, relativ, oder so bewertigen, aber wir waren sicher lange mit Kick'n'Rush sehr erfolgreich und haben die Italiener geschlagen, die Deutschen geschlagen, an EMs und an WMs. Ja, wie soll ich sagen, die feine Spielkultur ist nicht das irische, gar nicht. Aber ich glaube, das ist auch das, was es so beliebt macht. Die Iren sind echte Fussballer und bei den Iren, wenn sie ein Schuhten merkst du auch, dass Rugby und Schuhten eigentlich Brudersportarten sind. Die kommen eigentlich aus dem Gleichen, oder darum haben es so viele Rugby-Klubs Rugby-Football-Clubs. Das war eigentlich ursprünglich mal sehr ein gleicher Sport. Und wie sich das dann entwickelt im Schuhten ist zwar immer noch ein Vollkontakt-Sport, aber die Wirkung des Kontakts auf gewisse Spieler ist anders als beim Rugby, sage ich mal. Schön formuliert, sehr schön formuliert. Und bei den Iren ist das nicht so. Ich sehe gerade den Neymar vor mir, wie er eine 27-Rolle macht. Berami ist zum Beispiel, der könnte schon vielleicht auf den Rugby Platz stellen. Aber die Iren, die sind so und ich glaube, die kämpfen einfach. Und so eine Sache, sie kämpfen in jeder Situation und sie kämpfen bis zum Schluss. Du kannst sie nie abschreiben, also das ist vielleicht 4-0. Und zwar für Spanien oder so, aber sonst geben sie einfach nicht auf. Sie kennen das einfach nicht. Und dann hast du eben die Situation, oder? Deutschland gegen Deutschland 2002, das Goal von Robby Keane, wo du dich sicher mal erinnernst. Oder Euro 2016 gegen Italien, John O'Shea oder letzte Minute, alle drehen durch. Und dann hast du noch das Abseits vom Platz, das auch noch dazu führt, dass die Iren einfach fangen. Weisst du? Und die Fans sind einfach anders und positiver und es ist einfach eine lustige Truppe. Auf dem Platz ist es eine kämpferische Truppe, neben dem Platz ist es eine lustige Truppe. Ich war noch nie in einem Irland-Match, das irgendwie beef hat gegeben. Ich bin mal Irland-Schweden schauen an Euro. Ein Riesenzeug. Die Schweden sind auch sehr beliebt, sage ich mal so, bei Ausrichten von grossen Turnieren. Und Iren gegen die Schweden, das ist eigentlich, wie soll ich sagen, eigentlich das Duell vor Fanhochkultur an diesem Turnier. Die Schweden haben immer gesagt, you're shit and you know you are und die Iren haben gesagt, we're shit and we know we are. Also, so ein bisschen die Selbstironie, die in Irland halt einfach sehr präsent ist und das gefällt mir. Und das ist auch etwas, was wir als Iren-Fans 32 Jahre lang sehr haben müssen leben und als Iren musst du das auch immer leben. Und als Iren wirst du nie etwas gewinnen im Schuten, eigentlich, ausser die Herzen vielleicht von vielen Leuten. Aber es macht Iren ja so weltumspannend oder in Europa, wahrscheinlich das Uruguay verfolgt man die irische Fussball-Nationalmannschaft nicht so, aber in Europa... Uruguay vom Schuten her. In den 80er Jahren. Aber es macht Iren auch so unglaublich sympathisch. Man hat sie auch gerne zu Gast, weil man weiss, wenn die Iren kommen, dann machen alle Pups schon am Morgen an 5 Uhr auf und dann ist fest und immer gute Stimmung und zwar bierselig, aber immer gut. Man hat sie auch... Man hat Iren gerne. Ist das jetzt ein Befehl? Nein, ich sage... Bist du der Einzige, die Iren nicht gerne hat? Ich sage, ich finde das lässig, wenn ein grosser Lass ist und da kommen dann ganz Verlierer und haben es lässig und unterstützen ihre Leute und sind nett und sind vielleicht noch selbstirolisch. Alles überhaupt kein Problem. Finde ich super. Ich finde es ist im jetzigen Jahrhundert einfach keine Legitimation mehr zu sagen, wir spielen so Fussball, weil wir früher Röckby gespielt haben. Also mittlerweile gibt es klein... Der FC Thun spielt 20'000 Mal schönerer Fussball als Irland und sie haben jetzt nicht mehr Mittel. Aber der FC Thun hat eine Kunststrasse. Geh mal auf Irland schauen, auf welchen Plätzen die schon. Trotzdem. Trotzdem. Es gibt auch Mannschaften, die keine Kunststrasse haben und sicher probieren. Sie probieren Fussballspielen und das haben die Iren nie, nie, nie gemacht. Selbst wenn sie Spiele hatten, die in der Premier League grosse, grosse Nummern gesessen. Ich meine, Damien Duff schlimmste Spiele von allen Zeiten. Er hat nichts anderes gemacht als gekämpft und probiert am Gegner ans Knie anzuspielen, dass es Eckball gibt und dann hat nachher gejubelt, weil er die WM gewonnen hat. Oder jedem Nager hat sie völlig sinnlosen Momente. Dann kommst du dann und sagst, probiert doch einfach Fussballspielen. Warum? Ihr könnt das doch auch. Das können alle. Alle können es zumindest probieren. Sie haben sicher ihre Vorteile im Kämpferischen, aber du kannst nicht immer noch spielen, wie man 1984 ist. Also ich finde es, ich habe so und man hat ja jeder so seine Sympathie-Rang-Liste bei den Ländern. Dort ist doch Irland bei mir sehr, sehr weit drinnen. Sehr weit drinnen. Da bist du gegen den Mainstream. Weil grundsätzlich sind genau die Mannschaften sehr, sehr... Außer man spielt gegen sie. Also man spielt ja nicht gern gegen Irland. Nein. Das ist ja dann wirklich... Also man weiss, man rennt an, man muss richtig Dreck fressen, man muss auch viel, viel einstecken. Es wird kein schönes Spiel, wir werden nicht glänzen und wenn wir Glück haben, gewinnen wir 1-0, aber vielleicht verlieren wir auch. Oder es gibt dann noch immer die Flanke und Eckbälle und einfach nur das. Oder wie soll ich sagen, wenn du 3-0 gewinnst oder 4-0 gewinnst, dann tut dir dann alles noch viel mehr weh. Es kann schon vorkommen, es ist schon vorkommen, dass die ihre Höhe verloren haben, aber selten eigentlich. Für die Qualität, die sie haben, das ist das, was du meinst, Tom, für die Qualität, die sie haben, verlieren sie eigentlich zu wenig Höhe. Aber du musst ja auch nicht. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel ein spanischer Mittelfeldfummler wäre und ich hätte den Böller und wir würden 2-0 führen, ich würde mich natürlich hüten, um noch irgendetwas gleich vorne zu machen, dann lasse ich lieber den Böller zirkulieren und 2-0 ist schon okay. Lieber nicht noch mal zu nahe zu dem Innenverteidiger ran, der 2,25 Meter gross ist und mit dem Bieli zwischen den Zauern ist das nicht eigentlich die Sehnsucht gerade von dem hochgezüchteten, hochpotenziert, finanziell potenzierten Fussball, so eine Sehnsucht nach dem Bolzplatz, weil bei dir hast du immer das Gefühl, die haben dort gelernt zu shooten, nachdem die Rugby-Spieler vom Feld gegangen sind und noch einen Acker hinterlassen sind dann die Fussballer noch gekommen und haben dort gehootet. So die Sehnsucht nach dem noch ein bisschen unverdorbeneren, ehrlicheren Fussball, der noch mit Arbeit zu tun hat. Die Isländer haben wir auch so gerne. Ja, die Isländer sind auch ähnlich und die Schweden haben immer noch alle gerne, obwohl sie in der letzten WM eigentlich katastrophalen Fussball haben gespielt. Dann natürlich uns aus Schwyzern rausgekommen. Bei dir tut es ziemlich nur revorieren, manchmal sind wir manchmal ihr und manchmal die Schweizer. Nein, ich muss dir bei Persönlichkeit. Ich bin beides. Wir sind beides. Das einzige Problem, das ich habe, ist, wenn Irland gegen die Schweiz spielt, dann wird es für mich kompliziert. Wie dann in der Quali für 2004, haben wir ja sogar Playoff gegeneinander gespielt. Oder Murat auf Hatsch und dann ein Riesen-Goal. Und dann ist es für mich kompliziert gewesen, weil dann habe ich mich entscheiden müssen. Dann habe ich einfach gesagt, ich bin eigentlich für das Heimteam. Aber ich konnte eigentlich nur mehr gewinnen. Wie ehrlich, weil die Irren sind vorher immer alle Turniere gewesen und haben wirklich die Herzen erobern von allen. 90 hat es angefangen, 94 sind sie auch gewesen. Oder 2002 eben. Und dann ist irgendwie der Moment gekommen für die Schweizer, dann 2004. Und da konnte ich das extrem feiern, dass es die Schweiz halt vorirlandisch war. Das hat irgendwie gestimmt für mich. Aber wenn beide dabei sind, habe ich immer so mehr Freude. Wie soll ich sagen, ich gewinne nie. Es ist ja immer noch die Schweiz und Irland, also irgendwann fallen sie da raus. Oder fallen wir da raus. Aber es ist ja bei den Schweizer früher schon ein bisschen so gewesen. Die Wölfe, die ehrenvolle Niederlage unter dem Paul Wolfisberg, immer noch okay gespielt, einfach im Rahmen der bescheidenen Möglichkeiten, die wir halt hatten mit Heinz Hermann und Andi Egli. Weißt du, bescheiden? Die haben damals, also gerade Anfang 80er Jahre, also Ende 70er, Anfang 80er Jahre gab es durchaus Schweizer Clubs, Schweizer Clubs, die europäisch für Furore gesorgt haben. Du hast Leute wie Heinz Hermann, Claudio Sulzer, der europäisches Format hat. Man hat das gefunden. Ja gut, für die Änderung zu qualifizieren, das geht dann natürlich schon nicht. Wir sind ja die Schweiz. Was aber natürlich stimmt, weil alle Turniere sind so klein gewesen, also mit so wenig Teilnehmern, mit acht Mannschaften an der EM und 16 an der WM, da gehört die Schweiz natürlich nicht dazu. Aber der Schweizer, ich glaube, das ist schon wichtig, der Schweizer Clubfussball, ist da schon eine grössere Nummer gewesen, als die Irish-Städte eigentlich nie stattgefunden und findet jetzt nur noch so klein statt oder wird nie richtige grosse Nummer Und ich meine, in der Schweiz hat mal Günther Netzer gespielt, als Beispiel. Und das ist schon eine Liga, auch jetzt, oder? Giovane Elber. Ja, wo man nicht über... Zamorano bei St. Gallen. Es ist schon eine Liga, Seidou Dumbia, Guillermo Aro und so. Es ist schon eine Liga, wo so ein bisschen sportlich-europeische Relevanz hat, denke ich mal. Und das hat die Irish-Städte gar nie gehabt. Und bei den Schweizer ist es so ein bisschen anders gewesen. Oder bei der Iren, das, was du gesagt hast, gut gespielt, aber verloren, aber die sind dann wirklich gut gespielt. Und dann hast du gemerkt, die haben sich ausgekotzert und sie zerstört gewesen. Und die Schweizerer haben immer eigentlich eine viel bessere Spielalage als die Iren und haben es immer noch. Aber das Quentli beissen bis zum Schluss. Und das Quentli einfach, wenn ich nicht ein Goal schiesse, wenn ich es der andere nicht eins oder es tut ihm halt ein bisschen weh, wenn er es probiert. Das hat die Schweizer nicht so getan. Bis eigentlich zu Berami, man muss mich nicht besinnen, dass wir so einen richtigen Fighter hatten. Vielleicht das Forza, aber der Spieler war zu gut. Hast du jetzt gesagt, das Forza sei ein Fighter? Ja, ich habe kein Problem. Ich habe das Gefühl, er hat aber schon ein bisschen gefeiert. Aber das ist vielleicht ein Unterschied gewesen. Das, was du meinst, mit gut gespielt und so, weil wir schon technisch, die Schweizer hatten schon die feinere Klinge als ihre im Je überhaupt werden wahrscheinlich für. Und das ist auch noch, das, was du vorher angesprochen hast, ist eben auch noch spannend. Das mit der Sympathie zutragen. Das hat ja nicht nur zu tun, weil man einfach lässig findet, wenn die Mannschaften so spielen. Es geht ja auch, wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen, die nicht die gleiche Voraussetzung haben, dann fliegen die Herzen gerne mal zum Underdog. Oder der, der eigentlich keine Chance hat. Aber wenn der es dann schafft, mal irgendeine Sensation schafft, dann fliegen die noch mehr Herzen zu. Das ist Island angesprochen. Die ganze Welt hat Island natürlich super gefunden. Wenn das aber eine andere Mannschaft gewesen wäre, die in diesem Island Liebling gespielt hat, wenn das Deutschland gewesen wäre, aber sonst irgendjemand, der so gespielt hat, hätte man gefunden, was ist das für ein hinterletzter Fussball. Die Mannschaft soll sofort ausgeschossen werden vom Turnier, weil die sind ja eigentlich defensiv noch schlimmer gewesen als Griechen zu ihren grössten Zeiten. Also es ist eigentlich das. Bei den Islandern findet man es lässig, auch weil man wahrscheinlich ein bisschen kulanter finden, ja, die haben ja sonst keine Möglichkeiten. Dort ist das ganze Jahr dunkel und kalt und nass und die haben lustige, lange Frisuren. Wenn sie schütten, saufen sie nicht. In Unterrück sieht man am Bahnhof rum. Ich mache jetzt wenigstens mal etwas aus ihrem Leben. Die Underdog-Sympathie, die hört dann schon irgendwann auf. Also man findet, der Underdog so lange läßt, so lange er mal einen Favorit schlägt und mal ein bisschen weiterkommt im Turnier. Aber dann allzu weit. Also Griechen sind ein gutes Beispiel an dieser Euro. Man hat es, glaube ich, am Anfang hat man es noch lässig gefunden, dass die Griechen tatsächlich wieder erwarten, sogar noch weiterkommt. Und dann ab Halbfinale hat man gedacht, oh, 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 nein. Jetzt ist es dann schon langsam gut. Ich glaube, der Halbfinale ist oft so die kritische Grenze. Das ist auch Island. Sie waren dann im Viertelfinale, dann haben sie gegen Frankreich gespielt und dort haben die alle, dort hat es schon ein bisschen gekippt, weil wir schon ein bisschen vorausgeschaut haben und haben dann gefunden, ja, aber nein, im Halbfinale... Jetzt ist es dann gut. Wir wollen dann schon noch ein bisschen Fussball und so, dann sollen gescheiden die Franzosen mitkommen. Bei den Griechen hat es natürlich gut, bei mir schon in den Gruppenspielen aufgehört. Das war also wirklich ganz, ganz tragisch, das 0-4-Tornier. Ich will nicht darüber reden. Ja, wir haben im letzten Podcast die Griechen schon... Ich will nochmal zurück auf die Schweiz, auf die Schweizer Liga, auf die Aktualität. Wir betriften immer so ein bisschen die Vergangenheit ab, so ein bisschen sentimentale, alte Männer, die von früher reden. Wenn es so lange kein Fussball mehr gibt und wenn wir noch ein langes Schuljahr hinter sind. Das ist übrigens auch eine Kritik, die ich von vielen jüngeren, weiblichen Hörerinnen immer wieder mal mitbekomme. Also man merkt schon, dass ihr alte Männer seid und nicht mehr von früher redet, wie das damals war. Reden wir noch vom Jetzt. Was ist das schon wieder? Das Jetzt. Ja. Die Gegenwart. Ah. Das, was nicht stattfindet im Moment. Warte schnell, ganz schnell. Still. Das ist jetzt. Stille. Die Grille, habe ich noch Zirpen gehört. Zirpen in der Grille ist Stadien. Die chinesische. Uh. Alarm, Alarm. Das ist ein Heugümpfer. Wir brauchen den Salomon Kaluda, der kommt nicht filmen, was hat das hier. Ein Heugümpfer. Da hast du keine Ahnung. Das geht aber gleich. Eigentlich sind wir ehrlich. Wenn wir jetzt von diesen Geisterspiele ausgehen, dann gäbe es ja einen Geistermeister. Was ja ganz, ganz... Also ich erinnere gerne nochmal an vor zwei Jahren. Du hast dir vorstellt, 32 Jahre lang Sex und nie Orgasmus. Du bist live dabei gewesen, du hast miterlebt, was da für Emotionen los gewesen sind. Jetzt stellt dir mal vor, St. Gallen. Bei euch wäre es jetzt nicht so schlimm, ihr habt die Emotionen jetzt gehabt. Gerade zweimal. Das zweite Mal auch nicht mehr so, wie beim ersten Mal. Aber der FC St. Gallen wird jetzt nach 20 Jahren wieder Meister in einem leeren Stadion. Es gibt keine Fankorsos, es gibt keine Balkone, keine grosse Stadtplätze, wo den Pokal den Fans entgegenheben kann. Es ist einfach ein Zirpen. Es wäre schon recht traurig. Es wäre sehr traurig und es ist nicht nur so ein Gallen, das ja so ein Thema wäre, sondern auch Liverpool vor allem, wo eben ähnlich lange gewartet hat wie Ibe, wo alle würden durchdrehen. Und das ist nicht möglich. Und darum merkst du ja auch, dass der einzige Grund, wenn wir ganz ehrlich sind, warum es man noch weiter schutet, ist das Geld. Es geht nur um das Geld, darum will man weiter schuten, weil eigentlich ist ja das, was wir vor zwei Jahren erlebt haben, der Grund, warum wir Schuten lieben. das, was man gemeinsam erlebt, zusammen überschuten, reden miteinander, zusammen die Erlebnisse teilen. Und das ist alles nicht möglich. Klar kann man darüber reden, wie man dann dabei war, wo der Ibe 2020 in den Punkt vor St. Gallen ist Meister geworden und man hat zusammen ein Zoom-Meeting gehabt. Klar, okay. Das wird schon legendär sein, auf einer Art, weil es das einzige Mal war, in der Geschichte von diesem Sport oder vielleicht von dieser Welt sogar, hoffen wir es, dass wir keine solche Pandemie in Zukunft mehr, wo man so etwas hatte. Aber, für alle die, die so etwas noch nie erlebt haben, wie wir am 28. April, das ist das Geilste, was es gibt. Und das wird halt einfach nicht da sein. Und ja, und der Titel, egal an wen das ergeht, der wird immer ein Sternchen hinterher haben. Und eigentlich, wo du ja nicht das erste Mal nach anderer Zeit Meister werden mit einem Sternchen. Wie ein PSG Paris Saint-Germain, der jetzt Meister wird in Frankreich, weil die Saison abgebrochen worden ist und einfach die, die Ersten sind, im Moment sind jetzt halt Meister. So geht es am einfachsten, ja. Sie haben es doch noch so hochstehend, kommuniziert und gesagt, es ist der Punkt, der Punkt, der Schnitt, also dividiert und so dabei. Es ist eine Tabelle anders, als der Punkt, der Schnitt pro Spiel. Nein, sie haben halt unterschiedlich viele Spiele gehabt, darum hat sie es gemacht. Aber dann steigst du einfach ab. Das ist noch viel härterer. Die, die absteigen. Der Meistertitel wird nicht gefeiert in Paris und dann steigst du einfach so. Wie machen wir es denn? Es geht ja bei diesen Ligen vor allem darum, okay, wir müssen irgendjemanden nominieren, der nächstes Jahr im Europa-Caps spielt. Das ist ja der Grund, warum das Dueva immer drückt. Darum wollen sie unbedingt, unbedingt... Aber die Holländer haben ja die Saison auch abgebrochen, dort gibt es keinen Meister. Ajax spielt einfach in der Champions League. Um das gerade zu sagen, ob es einen Meister gibt oder nicht, kann der UEFA oder der FIFA oder was auch immer egal sein, aber der UEFA ist nicht egal, wenn man nicht weiss, wer in welchem Mietbewerb mitmachen muss oder darf mitmachen besser. Also einigen wir uns darauf, dass wenn die Meisterschaft in der Schweiz abgebrochen wird, dann gibt es dieses Jahr keinen Meister. Dann wäre immerhin St. Gallen vielleicht in der Champions League-Kalifikation. Das ist sicher gut für unsere 5-Jahres-Wertung wird funktionieren. Nein, aber es ist... Das ist ironisch gewesen für alle, die das jetzt nicht rausgehört haben, weil der MMSI-Koros in St. Gallen nicht ganz gleich viel zutraut im europäischen Wettbewerb wie IB. Und da bist du jetzt nicht der Einzige wahrscheinlich. Vor allem auch, weil du es gerade umsetzen warst. Du wirst gesetzt, wenn du einen hohen Klub-Koeffizienten von St. Gallen hat halt keinen. Aber wo sind sie dabei gewesen? Der Nato hat das Club verdrängt in der letzten Sendung. Die waren ja in Europa in der Schweiz dabei, um einen Rang wegen Swansea. Genau, Valencia. Aber die ist, glaube ich, rausgekehrt. Ja, sie sind rausgekehrt. Insofern ist es auch der Nuller-Koeffizient. Das heisst, die Chance ist auch nicht so gross, dass sie die Play-offs bestehen. Aber ich meine, der letzte St. Galler Meistertitel, die Szenen, die dann eben verloren gehen, das sind solche wie bei Ointah. Da gibt es eine und ich will die unbedingt nicht. Ich gehe nachher gerade da in den Keller ab, aber ist das Archiv da noch. Das SRF-Archiv. Physisch? Ja, physisch. Ich muss dort den grossen Ball. Ja, das ist da. Dann gibt es etwas. Dann ist es St. Galler Meister geworden. Sie haben gefeiert auf dem Balkon von irgendeiner Bank, glaube ich, oder so. Und Matthias Hüppi, damals noch als SRF-Meister der gestanden, hat so die Meisterinterviews gemacht. Und dann haben sie mir so einen neben dem anderen gestellt und der hat so Fragen gestellt und dann, ole, Meister, einfach die Sachen, die man halt sagt, wenn man Meister geworden ist. Und irgendwann ist aus einer Verkettung von unglücklichen Zuständen der Jairo neben dem Hüppi gestanden. Ein brasilianischer Spielmacher, wo natürlich, wie brasilianische Fussballer so sind, kein Wort Deutsch kann. Dann ist der vor einmal neben dem Hüppi gestanden und der Jairo hat den so angelangt, das Mikrofon angetragen, ja, Jairo, Samba do Brasil, hä? Und dann hat der Jairo einfach fünf Minuten lang gerettet und irgendetwas erzählt von seinen Emotionen und dann hat er dem Jairo wieder das Mikrofon gelegt, Jairo, weiß auch nicht, was er gesagt hat, aber sicher, er fände super, dass sie Meister geworden sind. Diese Szenen, unbedingt wollte ich diese finden. Unbedingt. Ich finde sie sicher. Aber allgemein so Interviews gibt nach einem Meistertitel. Die sind immer hochstehend. We have a grandiose Saison gespielt. Weidenfeller bei Dortmund. Also, ich würde sagen, wir steigen jetzt zusammen ins Archiv. Ja. Wir werden es nicht finden, weil es ist dunkel und staubig. Ich suche es dir nachher im Internet raus. Das ist wahrscheinlich einfacher. Noch besser. Ja, Internet. Wir haben Facebook Live. Das wären wir noch. Können wir über Salomon sagen, er soll abstellen. Turn it off. Sikolo, Facebook Live haben wir noch nicht, aber wir sind, obwohl wir jetzt mit einem Radiostudio gesessen sind, in schönem Ambiente, auch nach wie vor auf YouTube zu sehen, zum Nachschauen, machen das, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr am, Meme Sikolo seine Frisur gesehen, wo wuchert und wuchert und wuchert. Ich würde vorschlagen, mir bedanken, ganz herzlich beim Brian Ruchti für den Besuch. Merci für die Einladung. Wir wünschen, wie ist das eigentlich? Letzte Frage. Wenn jetzt die geilsten Spiele wären, und ihr seid ja auf dieser Medietribüne und kommentiert für das Radio Gelb-Schwarz die Spiele, und man hat es noch im Ohr, wie ihr kommentiert, wenn das Stadion leer ist und ihr auf dieser Tribüne sitzt und in das leere Runde schreiert, hast du dir schon mal vorgestellt, wie das dann wäre? Und das wirst du hören. Also wir haben es schon gemacht, ein B2-Testspiel gehabt. vor der leeren Ränge gegen Winterthur und Kriens, und dort haben wir kommentiert und die gehören eigentlich alles, die Spieler gehören alles. Du gehörst alles von den Spielern und sie gehören alles von uns. Insofern kannst du, es ist eigentlich sehr dynamisch, du kannst Einfluss nehmen auf die Spiele, ich bin überall auf die rechte Seite, dämischer. Das ist doch nicht dämischer gewesen. Nein, nein, also es ist, es wird eh, wenn es weitergeht, auf eine Art hoffen wir es ja, weil wir alle weinen Schupten sehen, dann wird es aber so oder so höchst kurios und etwas, das wir nie werden vergessen, wie das dann das wird, irgendwie. Also es ist ganz komisch. So wird es sicher nie mehr sein. Was ist denn der Fall? Was ist denn der Fall? Komm, fies doch das Spiel ab! Fies doch das Spiel ab! Fies, dauer! Fies! Ich bin gerade ein bisschen an Hans-Peter Latour erinnert. Pief doch das Spiel ab! Und auch an isländischen Kommentaren. Das ist ja Grandi. Das sind so Kommentatoren von Underdogs, die sind so. Die sind so. Das wäre es gewesen, danke schön. Sikora Gisler, der Fussball-Podcast. Sikora Gisler! Präsentiert von Tom Gisler und der Meme Sikora. Sikora Gisler! Produktion Tom Gisler, online Laszlo Schneider, Distribution Natascha Reitz, Layout Sascha Rossier, Projektverantwortung Jan Petzold und Susan Witzig. Sikora Gisler!